Jo Leute, herzlich willkommen zum neuen Ründchen oder zu einer Runde von 4Force War Also nur WarsForce heißt das eigentlich Wir spielen Team Deathmatch Und zwar die schöne Map hier All Out Team Deathmatch Also eine ganz coole Map ist das, finde ich echt sehr geil Hier habe ich auch schon ein bisschen gespielt, man sieht das, ich habe einen relativ hohen Rang hier Also bin ich besser als in Front Knight, zumindest hoffe ich das Ich hoffe, heute habe ich meinen guten Tag Oder auf jeden Fall ist es ein richtig Action-Reise-Spiel, wer richtig Bock hat, dass das Spiel sich zu Download einfach bei Steam eingeben Und das ist total kostenlos, ich will jetzt hier kein Gleichwärm machen, aber es ist ein geiles Ründchen mal so am Rande, so nebenbei, so ist echt cool Mal ganz so vom Wunder kommen, zum Warmwerden vielleicht auch, ist ganz cool Und wir spielen heute eine Runde davon, jetzt klau es mit dem Laden ein bisschen länger als bei Front Knight Aber dafür sind auch die, etwas diese Engine etwas aufwendiger programmiert als das Front Knight Ist zwar nicht so gehapt wie das Front Knight, aber ich spiele es auch ganz gerne mal Und wollte euch das einfach mal zeigen Und, ja, wird richtig geil werden bestimmt Und ich hoffe, es sind noch richtig gute Hunde Mal schauen, was uns bringt das Spiel jetzt Und, ja, wir gehen auf jeden Fall los jetzt Und, ja, es lädt noch kurz Und, let's go! Okay, lasst uns mal loslegen jetzt hier Los geht's! Oh, Steam, Entschuldigung Das war jetzt nicht so geplant Ja, wir werden jetzt erstmal schöne paar killen Also nämlich nicht Granaten werfen vielleicht So schön hier noch schön nahe in die Bude Gucken wir mal, was in die Luft geht Geht gar nicht Jetzt können wir mal hier gucken Wo sind sie? Da oben Boah, wo kommt der? Komm, 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 komm her Wo sind die hin? Jawoll Nochmal in die Ecke gehen Voll geil Gucken wir mal, wo haben wir jetzt nochmal reagiert Mal gucken, WLAN ist gut Wann kommen denn die hier mal? Wo sind denn die alle? Sagt mal Ist keine Sau da Alter Boah, der war jetzt aber War jetzt aber Hm Nicht so geil Jetzt kommen sie mal hierher oder was? Alter Boah, ich dachte, die geht wieder in die Luft Keine Sau Jawoll Schöne Sache Schönes Ding Komm zu Papa Jawoll Boah, was? Wie jetzt? Alter Der war gut Der war richtig gut Ah, die töten doch gut aus Ein Kill und Das ist schon mal geil Es geht schon richtig gut los Beste Runde wahrscheinlich ever Hoffe ich Bleibt das jetzt so Aber es kann natürlich viel passieren noch Boah Verdammt Neun Oh nein Oh, fuck Da hab ich jetzt nicht aufgepasst Das war jetzt mein Fehler Das war jetzt Nicht so geil Jetzt werden die wieder aktiv oder was? Hier Hier haben wir schöne Kanade reinwerfen Wo sind sie? Ah, kommt gleich her Ich will gleich platt machen Ah, komm her Komm her Komm her Komm mein kleines Puppel Boah, schön alles rein in die Massen Ah, schön Und jetzt bringt es euch auch nichts Ah da Übelst viel tot gleich Habt immer gekillt Also jetzt Alter Äh, der war ja feindlich Oh Gott Scheiße, Mann Voll gepennt, Alter Shit, Mann Alter Ah, es lässt es schon nach Es lässt es schon nach Es lässt es schon ein bisschen nach Hab ich es gar nicht Alter Ja Machen wir mal ein paar Granaten hier Schön nahe in die Bude Und da kommt einer schon Mach den mal bald, Kollegen Ah, okay Was ist mit dem nicht in Ordnung, Junge? Hier steht er fein Ich bin nicht da Ah Ah, fuck, das war jetzt nicht so gerne Ah, okay Ah, hier spielen auch Einsteiger mit halt Und, und, und Profis halt gemischt Also es ist halt Wo schießt der jetzt? Was? Ah, hab ich nicht gedacht auf meine Flanke Boah Alter, Kollege Geht es aber mal gut hier, Kollege, Alter So nicht Verrückter Typ Und, hat sogar geguckt So Ist das Feind? Ja, geht doch Na, läuft die Sache Man, Leute, nicht so langsam sein Komm her Jetzt kommt der gleich zu mir Was? Was? Das geht doch gar nicht Alter Ja Der muss ja Reaktion haben wie Tier, Alter Mensch Stirb Alter, ist der unbesiegbar, Junge? Na gut, die gibt es wahrscheinlich auch Cheater und Hacker Aber Trotzdem macht das richtig Fates Wiii Und die geht in die Luft bestimmt Alter Kommt der nächste gleich Boah, was? Ah, es ist mies Es ist natürlich Müsst die Fronten Ich geh mal auf die andere Seite Das ist cooler hier Hier ist auch ganz cool Was nehme ich eigentlich hier drüben? Komm, geh tot Junge, Alter Was? Schon wieder der Typ, Alter Der macht mich Der macht mich irgendwie ganz Kürre Was ist hier los? Was ist denn noch? Alter, Junge Das geht doch gar nicht Fünf schon mal gestorben, Alter Der ist echt guter Typ Jetzt reicht's hier Leck mich am Arsch Ah Ich hab wieder einer geschossen Ich muss mich auch schon wieder erinnern Am Wirken Was sind die Brücken? Wir rücken vor Boah, der war gut Alter, mit dem Schauschützengewehr So gut gezielt, Alter Das geht doch gar nicht Lad nach, lad nach, Alter Was ist denn noch nicht Eine Granate getötet Wieso getötet ihr mit? Eine Granate, Alter Alter Alter, sagt mal, Leute Alter Wir sind Am Abkotzen Das war natürlich klar Scheiße, Mann Oh Ja Komm War dir jemand getötet? Nö, jetzt bleib ich in meinen Käfter, Alter Ich könnte vergessen, ich geh nicht mehr raus Ich geh nicht mehr raus Was? Das geht gar nicht Der will mich doch verarschen Komm her, Alter, Junge Boah Alter Der war gut Junge, der ist tot Hier Nehmt meine Granate Oh, jetzt müsste ich wieder aufpassen Jetzt werde ich das überwachen, Alter Ich komme bestimmt gleich wieder angetanzt Oh Entschuldigung Sorry Kunde, Alter So nicht, ey Kollege Alter Oh, oh Ich hab ein ganz dummes Gefühl Ja, weil die nämlich jetzt Ah, so nicht, Kollege Hm? So sieht es nämlich aus Eine Granate Verdammt Ich geh mal hier ein bisschen her So Die werden bestimmt gleich kommen Was? Ey! Das war mies, ich hab musste nachladen Boah! Der steht ja da der Tür Kollege Wo ist da hin? Wo ist da hin? Alter! Das war mies Der hat doch jetzt gewartet bis ich um die Ecke komme Wo ist da jetzt hin? Der ist irgendwo hier in der Nähe Der ist ja hinter der Tür Ne, ist er nicht mehr Der wird bestimmt gleich sterben Boah, der muss doch da sein, Alter Wo ist der Typ hin? Komm raus Der macht den als erstes Cut Und wenn der nicht glatt geht Dann stehe ich hier Ah, letzte Verteidigung Kommt, Kinder Jetzt hat der erst den Tod Was? Das war gesnapet Das geht doch gar nicht Von der Weite Das geht gar nicht, Kollegen Was? Was soll denn das? Guck mal, was ist denn Da kann ich nicht Hä? Ich geh' niemand Ne, hier steht keiner Boah, da ist doch so doof, Alter Boah, ist echt doof, Alter Hätte nicht mehr warten können So, geh' wieder vor Kunde, Alter Ich werde jetzt hier aufpassen Anders sieht mich Hier vielleicht mal helfen Kommen sie da raus, gleich Das war mir klar So, wo sind denn die alle? Ey, wir kaufen nichts Ist der tot? Scheint so Boah Ja, hab' ich nicht mehr Ja, hab' ich nicht mehr So ist Schön barrikadieren Guck mal Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ah, das wär' mal den Der muss hier irgendwo sein Der muss hier irgendwo sein Alter Alter Wie geht denn das? Der kann doch nicht mal zu viel aushalten Das geht doch gar nicht, Alter Das geht doch gar nicht Der cheatet, Alter Das geht gar nicht Hä? Alter Die cheaten doch hier, Alter Was für Cheater, ey Boah Jetzt nicht Eine Zeit Boah Aber trotzdem die beste Runde, Mensch, ever Hä? Bleib' ich hinten Und wenn da niemand kommt, Alter Knall' dich ab Komm her, komm Komm her, Alter Ich knall' dich ab, Alter Jetzt hall' ich mir den Noch 10 Sekunden Boah, das geht doch gar nicht, Alter Wie geht das? Der kommt um den Dreimal schießen tot Das geht gar nicht, Alter Die müssen doch irgendwelche Superwaffen haben Boah, Leute, ey Auf jeden Fall Richtig gute Runde Für meine Verhalten ist er Relativ gut 14 gestorben Jo, Leute Wir machen gleich noch eine Runde hinzu Wir sehen uns gleich wieder Haut rein, Leute Bis dahin, Leute Lasst ein Like da Wird mich echt richtig freuen Und bis dann, ciao!